Yo, meine Leute, herzlich willkommen zu diesem Bonus-Tipp für die Champions League, für die Saison 2021-2022. Bonus-Tipp-Spiel. Los geht's heute. Los geht's. Welche Mannschaft stellt den Spieler mit den meisten Toren? Atletico Maduit. Wer erreicht das Halbfinale? Inter Mailand, FC Bayern München, RB Leipzig und Atletico Madrid. Wer gewinnt die UEFA Champions League Saison 2021-2022? Der FC Bayern München. Herzlichen Glückwunsch. Wer gewinnt die Gruppe A? RB Leipzig. Wer gewinnt die Gruppe B? FC Liverpool. Wer gewinnt die Gruppe C? Borussia Dortmund. Wer gewinnt die Gruppe D? Inter Mailand. Wer gewinnt die Gruppe E? FC Bayern München. Wer gewinnt die Gruppe F? FC Villarreal. Wer gewinnt die Gruppe G? VfL Wolfsburg. Und wer gewinnt die Gruppe H? FC Chelsea. So, das war's von dem Bonus-Tipp. Für die UEFA Champions League Saison 2021-2022, so. Wenn euch das Video gefallen hat, lassen wir uns hier noch runter. Vergiss kein Abo, daneben ist die Glocke. Die nicht vergessen sollte, wenn dann verpasst ihr keine Benachrichtigungen und gut geht. Ciao!